... Es gibt sich eine Frontschaufel. Duh mal... Sollte ich mal? Na yippe... Schau mal ob ich so einen kriege. Zuerst mal gucken, hier ist Titel. Shift ist Schleichen, immer nicht laufen. Erzeichen. Ist es Springen? Ist es Waffreziehen? Hier, altes Springen. Altes Springen. Eins sind die normalen Waffen. Zwei ist die Shotgun. Drei ist mit die... Weiß ich nicht wie sie heißen, die Schwarzen. Vier ist die OTC. Verdammt. Ja, ich krieg das hin. Kannst ja nicht rückwärts springen. Papas. Gut, dass du es mir sagst, ich hätte es versucht. Du kannst dich auch nicht einfach fallen lassen. Aber warum denn nicht? Weil es nicht weit genug ist. Halt dich weg! Das hat unsere Sekretärin auch immer gemacht, wenn sie über irgendwas stinkig war. Ja? So. Wie taucht man denn? Äh, alt. Festhalten. Alt! Gut. Du? Ja, finde ich gut. So schön auf die Klatsche. Die Klatsche nennt man auch Stürmen. Jetzt sind wir hier. Mhm. Warum sind wir denn hier? Pass auf, du kannst dann wieder runterfallen. Und sterben. Ach Quatsch, glaub ich nicht. Zeig mal. Lenken! Geht das? Nein. Ach, Manu! Ich dachte... Völlige Zerstörung! Weil hiermit geht es, Manu! Das Ding geht! Nein! 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 Und die Kamera hat halt so. Was? Nix! Dann ist richtig. Okay. Dann ist er gut. Schrei mal mit weniger Emotionen. Ja. Am besten noch so beschreiben. Ah, ich schreie aus Panik. Nein! Nein! Halt! Die Tastatur ist zu klein für mich. Ich höre, die Tastatur ist zu niedrig. Hm. Ja. Wenn man mit Maus spielt, ist das? Ja. Also macht er hier nichts, Manu? Ja. Nochmal. Shift. Shift. Ach so, wir brauchen einen Dramatenwerfer auch. Mhm. Ja, viel darf. Also so ein bisschen. Ah, jetzt würde ich grad mit, mit, mit Shift schneller laufen. Mach doch mal Hilfe drauf. Mhm. Ich geh trotzdem mal zum Fahrstuhl, vielleicht das hier. Sag mal nem. No. Sag gar nichts. Ich komm mir nach oben drauf. Ja, das ist ja wirklich wirklich. Okay, ich werd da raus. Ich hab da raus, ich würde da raus. Ohne. ich muss ja ich muss ja ein millimeter genau davor stehen geht doch seitwärts wie geht sie denn seitwärts guff doch Was für eine Animation Ach, okay Sorry Sorry, Lezett Luda, 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 Luda Okay Ich glaube, du musst oben auf das Ding drauf sprengen, damit du den hinkommst Ganz genau Aber du hast es verpasst Das riecht nicht Willst du zu Frauchen auf den Schoen? Geronimo Das werde ich wahrscheinlich oben zerquetscht Du hast wahrscheinlich die Hälfte deines Lebens verloren Gar nicht wahr Was? Junge Junge, ey Ich habe nicht gespeichert, aber jetzt weiß ich ja, wie es geht Ich habe nicht gesehen, wie du da hingekommen hast Gib mal hier, mach Das war ein richtiger Abschluss Ich habe mal was zu dünnen Ich habe dünn Nein Jetzt, natürlich Nein Nein Nee, Mann Nee Weib Komm her Ich komme in San San Diego Denk dir deine eigenen Sprüche aus Du hast noch nicht gesagt, dass du kommst von Wo war denn der Fahrstuhl? Ähm No, no! Was, die andere Seite von den Hundis? Ja Oh, das gibt's doch nicht Gibt's doch, ja Gibt's ja wohl Bei Roller Da war Werbesendung Dann kommt verschwimmen In der Welt Einfach schwimmen Schwimmen Einfach schwimmen Einfach schwimmen Schwimmen, schwimmen, schwimmen Die drückt das aus Schau mal auf sofort Entschuldigung Ich dachte, man hört's nicht So Da, meinst du Mhm, oben, also du musst nach oben Wo? Zurück Also quasi hier, die Plattform über dir So Ah Mhm Und dann da hinten durch Mhm, genau Da siehst du Hundis Ich hab hier viele Hundis gesehen Mhm Aber es waren halt die Hundis So, der haut jetzt ab Wie willst du denn hier Achso, ja, doch Du kannst ja hochklettern Heck war der Fahrstuhl, ne Pinst du dich Mhm Willst du runter? Hm Wollte ich ja Okay Ja, so darf ich ja gar nicht Aber ich wollte Hier noch die Hände angreifen Jetzt kann ich's ja machen Weil ich will ja nicht Du hast die ganze Zeit nicht gespielt Außer einmal zwei Sekunden Ja, und bin direkt weiter gestoppt Direkt verreckt Ja, noch 50 Mal Ist doch egal Aber dafür bist du nicht in die Scherben geschwommen Und wir haben alle drei Drachen Nochmal so nebenbei Ja, weil ich alle zwei anderen gefunden Ach, alle zwei anderen Ich dachte gerade Du läufst jetzt rein In die Scherben Ja Ah, du bist wieder draußen Also da, wo wir von oben runter geguckt haben Dachten Oh, scheiße Scherben Und ah Da geht's ja weiter Oh Für was ist die Ecke Jetzt ging die Tür auf Okay 282 Schuss Interessant Okay, jetzt haben wir den Drachen Jetzt haben wir den Genau Jetzt müssen wir mal schauen Warte mal Geh mal zurück Ob wir da Zum anderen Balkon drüber kommen Wenn du dich da auf der Ecke umsiehst Ein bisschen Naja, nee Das ist alles ein bisschen zu knapp Da kommt man so nicht rüber Mhm Hm Ah, okay Das andere Elektroteil Das wird für das da oben sein Denk ich mal Aber wie kommen wir da jetzt ran Ja Ich glaube wir müssen mit dem Fahrstuhl ganz normal runterfahren Hier Du holst ihn jetzt Also legst du da den Schalter um In der Ecke Oh ja Mich am Stromkreis spielen Wir schließen den kurz Warte Ach ja Nee War doch was richtig Ich muss dann einsteigen Dann einsteigen Und dann fährt er runter Und dann mal schauen Was unten abgeht Aber der fährt nicht runter Wenn wir einsteigen Nicht Aber warum nicht Dann musst du wahrscheinlich Den Schalter umlegen Und dann einsteigen Warte mal Ich muss dann wahrscheinlich schnell gehen Da fährt er fast bald gleich los Ja Ja Dünn Dünn Hallo Jetzt geht's Speichern Ja Nicht laden Das Hörenkäst gerade wieder Ja Man merkt's Das ist bei mir aber nicht anders Aber so langsam kommen wir weiter Das ist die Stelle Wo wir vorher nicht durchgekommen sind Wo kommen die denn auf immer her Drauf an Rauf an Hm Fanzius Rapper Gut dass wir gespeichert haben Das war eine Erleichterung Okay die haben weit fallen lassen Aber trotzdem Die halten ja schon viel Uzi aus Finde ich auch Wahrscheinlich weil das Gehirn eine Weile braucht Bis es merkt dass es tot ist Ja 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 Das kann sein Aha Aha Hm 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 Oh speed Ich weiß auch nicht wo die Herkunft Das war doch alles leer Als ich geguckt hab Hm Aber bestimmt wieder ein Triggerpunkt Ich hab recht gehabt Hm hm Ja Ich bin so klug Ja ja so klug Ich bin der klugste Mensch der Welt Du solltest Bündeskanzlerin werden Bündeskanzlerin Bündeskanzlerin Oh Oh Da gibt's da weiter Nee nee War schon richtig Unterm Fahrstuhl quasi Okay geh mal wieder hoch Ab jetzt Okay Aber leider würde ich nicht Ach nee Ah Wasser Okay Alter Ich dachte er rast jetzt runter Ah 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 Oh je Oh Sehr gut Ich hab das Gefühl Dass wir's gleich geschafft haben Für mir aber nicht ganz sicher Ich glaub wir saufen gleich Also Hm es könnte sein Sieht aus wie ein Unterwassermuseum Ich dachte gerade Das war Lara Hm okay Hier sind wir Hm Schon mal das wo ich sagte Da ist ein Tor Das geht auf später Das war das Ja klar Wir müssen da wieder raus Wieso Weil wir nach oben müssen Wieso ist das so klar Wo wir am Anfang eingekommen sind Und da müssen wir jetzt die Platine einsetzen Die Weib Was ist denn los mit dir Hä Wie als wenn sie gegen eine Alphawand schwimmt Die hat nicht gerafft Dass das Tor offen ist Ach ja ist ja offen Na dann Das ist wie die Hunde die nicht verstehen Dass in der Glastür keine Glasscheibe ist Dong Nee Ohne Dong Ja Das ist es ja Ne Ja mein Hirnkäse doch schon Richtig käsig Käse Das hatten wir vorhin schon mal Nein Das ist das erste Mal Dass ich hoch springe Wir sind ja noch nie gestorben Ja nö Wir mussten ja auch noch nie speichern Ich bin mein Bauch voll am Eskalieren Ja ja schon Ich dachte ja gerade Das sind Lara war So So unter Wasser Ich glaube ohne Anlauf Einfach mal auf der Kante springen Stimmt Ach man Weib Ganz ruhig Du hast es gleich geschafft Du weißt es ja gleich Ich lecke gleich übers Knie Weib Ich lass euch mal alleine Aber ich muss sagen In den neueren Teilen Also ich habe ja auf Normal gespielt Ne Spielsplatz Die Rätsel Die waren nicht so schwer Wie hier Also was heißt schwer Letztendlich ist es ja eigentlich Recht einfach Aber ich glaube es liegt daran Weil du da nicht so viele Möglichkeiten hast Ich weiß es nicht Das kam mir auf jeden Fall leichter vor Hm Ich glaube es ist aber Ja Ja